Einmal durch den Wald, dann kommen wir hier im Ufer. So schön, nur ihr fällt, ihr fällt mir. Überall fliegen Marienkäfer und das schon in der Mitte von Oktober. Und ich habe gerade erfahren, dass es ein Bioindikator ist, der für die Umweltqualität spricht. Und während ich das jetzt spreche, laufen zwei Marienkäfer auf die Kamera. Und ihr seht sie vielleicht auch überall um mich herum und auch die anderen haben es damit zu kämpfen. Die Episode 198. Wir kommen hier in der Mitte. Alle bauten, die wir in der Mitte. Und die wir in der Mitte können. Es ist ein Dampel für die Röder. Wie geht es heute? Untertitelung des ZDF, 2020